Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie mit dem Thema 3D-Druck additive Fertigung neu beginnen oder ob Sie schon erfahrener Anwender sind oder sogar 3D-Druck-Dienstleister und Sie machen das schon eine ganze Zeit lang oder vielleicht auch 3D-Drucker verkaufen, dann ist es vollkommen egal. Sie dürfen den Podcast jederzeit hören, denn es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge trägt den Titel, welche 3D-Druck-Schulung ist die beste? Also welche ist die beste Schulung, um schlussendlich erfolgreich mit 3D-Druck zu starten? Und darauf möchte ich heute ganz kurz drauf eingehen. Also fangen wir gleich mal an. Also die Frage kriege ich ganz oft gestellt. Was halten Sie von dieser Schulung? Was halten Sie von diesem Unternehmen? Was halten Sie davon? Was halten Sie hiervon? Soll ich das machen? Soll ich das Premium-Paket buchen? Soll ich das Basic-Paket buchen? Soll ich diesen Ansatz noch mit dazunehmen, dass ich diesen 3D-Drucker auch gleich bedienen kann? Etc. Ich gehe da meistens immer ein bisschen anders vor, aber das lernen Sie dann an der Stelle, wenn Sie mit uns zusammenarbeiten. Aber auf was ich hinausgehen möchte, ist, Sie brauchen zum Schluss Ihren optimalen Zustand und den Zustand, wo Sie sich selbst wohl fühlen, wo Sie sagen, diese Schulung hat mir was gebracht und dieses Wissen möchte ich aufnehmen. Und natürlich, dass Sie sich danach sicher sind, was Sie tun, dass Sie Ihr Handwerk verstehen, dass Sie genau Anwendungen finden und auch wissen, wo Sie Anwendungen finden und wo Sie keine finden, dass Sie ehrlich mit sich selbst sind und sagen, das macht jetzt keinen Sinn, diese Bauteile zu drucken und dass man aber auch sagt, das ist eine Anwendung und dafür kämpfe ich jetzt im Unternehmen, dass diese Anwendung in Zukunft aus einem 3D-Drucker gefertigt wird. Und natürlich auch, was kann man weglassen? Was ist unnötiges Wissen? Was braucht man nicht? Und nicht, dass es Ihnen so geht wie früher in der Schule, als man den Umfang der Sonne berechnen konnte, aber als man dann 19, 20 Jahre alt war, wusste man nicht, was im Mietvertrag drin stehen muss. Viele Dinge sind vielleicht überflüssig und viele Dinge, da wäre es nur gut, wenn man die Meta-Ebene versteht. Meta-Ebene, sage ich immer, so die übergeordnete Sichtweise, weil wenn man diese verstanden hat, dann kann man sich vieles automatisch immer herleiten. Und jetzt gibt es natürlich viele Online-Schulungen, Additive Manufacturing Academies und Online-Seminare mit vielen Details und viel Wissen und Materialkunde und da geht es ganz tief mit ins Detail rein. Das ist auch alles super und gut, aber Sie müssen im Vorfeld wissen, was wollen Sie denn? Und was ist denn Ihr Ziel? Denn auch solch eine Schulung kann Sie auf einen Irrweg schicken, kann Sie aber auch in die richtige Richtung schicken, aber Sie machen vielleicht einen kleinen Umweg. Also, das Ziel sollte eigentlich sein, damit Sie danach etwas können. Denn wenn Sie Arbeitnehmer sind, dann bezahlt Sie ja Arbeitgeber dafür, dass Sie etwas Bestimmtes umsetzen und dass Sie schlussendlich auch Leistung an den Tag legen. Also es geht nicht darum, nur etwas zu lernen, sondern danach auch etwas umsetzen zu können. Und im Studium, ich kann mich da noch gut erinnern, sobald man so, ja, dieses Thema technische Mechanik im ersten und zweiten Semester, da hat man sich viel mit Details beschäftigt. Wenn man aber mal die Meta-Ebene verstanden hat, dann konnte man sich viele Formeln automatisch herleiten, konnte genau sehen, ah, okay, an diese Aufgabe gehe ich über diesen Weg ran, dann funktioniert es. Und ganz oft erkennt man sich dann wieder, wenn man dann in so einer Klausur sitzt, in so einer Arbeit sitzt, dass man sagt, man muss jetzt so eine Formel herleiten und dadurch, dass man zu viel weiß, kommt automatisch diese Lähmung, diese Kompliziertheit, weil man zu viele Wege hat, ans Ziel zu kommen. Und das sehe ich ganz oft, wenn wir mit unseren Klienten arbeiten, da heißt es ja, wir könnten das aber auch so machen. Und wir könnten das auch aus Metall machen in diesem Verfahren. Und auch in Kunststoff wäre es ganz interessant, mal das und jenes zu testen und hier und da. Und mit diesem neuen Material. Und da warten wir jetzt ab, bis diese neue Technologie rauskommt. Und dann machen wir es hier mit. Also, es ist alles möglich. Es ist aber wie zum Beispiel in der Mathematik, das Beispiel fällt mir jetzt ein, dass, wenn man zu viele Lösungswege kennt, man es oft kompliziert macht, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht und schlussendlich der Professor, der Doktor oder der Klassenlehrer vorne an der Tafel die Auflösung macht. Und die Auflösung ist vielleicht in zwei Schritten passiert. Und man selbst hat eine halbe Seite vollgeschrieben mit irgendwelchen Zwischenlösungen und Umwegen, was man ausprobiert hat. Das wollte ich Ihnen sozusagen heute mitgeben. Es gibt nicht die perfekte 3D-Druckschulung. Es gibt nur eine Schulung oder eine Wissensaufnahme passend zu Ihrer Zielsetzung. Und ich kann Ihnen eins sagen, diese Antworten auf Ihre vielen Fragen zum Thema 3D-Druck, die finden Sie nicht in einem Seminar oder auf Ihrem Schreibtisch oder in einer PowerPoint-Präsentation. Da müssen Sie raus ins reale Leben. Da müssen Sie vor den Drucker hinstehen. Da muss man was konstruieren. Da muss man was ausprobieren. Da muss man Teile nachbearbeiten. Hier geht es wieder darum, es wirklich zu tun. Sein Wissen unter Beweis zu stellen, weil man die übergeordnete Sichtweise verstanden hat. Und Sie müssen das Ganze rückwärts betrachten. Das bedeutet, dass Sie von der Anwendung zur Technologie gehen. Umso stärker Sie sich mit Ihrer Anwendung beschäftigen. Und angenommen, das Bauteil in die Hand nehmen und diesem Bauteil ein paar Fragen stellen. Dann kommen Sie viel schneller an den Punkt, dass Sie sagen, es muss aus Metall sein. Es muss eine bestimmte Kraft aushalten. Es muss vielleicht eine polierte Oberfläche sein oder eine raue Oberfläche. Das Bauteil muss in etwa so und so ausschauen. Dann macht man sich eine Skizze auf einem weißen Stück Papier und dann findet man automatisch den Weg, weil man sich selbst herleiten kann und weil man dann ganz genau weiß, wie man fragen kann und wo man nachschaut, damit man diese Daten, die man braucht, vielleicht eine bestimmte Formel, vielleicht einen bestimmten Kennwert, eine bestimmte Eigenschaft, dass man diese danach auch findet. Und schlussendlich man sich dieses Puzzle zusammensetzt, weil man verstanden hat, wie man Puzzle zusammenbaut und nicht, weil man verstanden hat, dass man an der Stelle viel in Details gehen muss, alles wissen muss, sondern hier geht es vor allem rückwärts, weil der wichtigste Punkt ist Ihre Anwendung. Und daran scheitern die meisten, dass sie alles wissen. Dann stehen sie im Unternehmen und sich nicht vom Fleck bewegen, weil sie komplett gehemmt sind von ihrem eigenen Wissen oder ihnen nie beigebracht worden ist, wie man Anwendungen findet. Wie man mit einer Drei-Schritte-Formel eine Anwendung auch wirklich umsetzt. Und wenn Sie das wissen wollen und sich auch noch fragen, ja okay, ich habe einiges an Wissen oder ich möchte Wissen aufnehmen, ich möchte aber auch einen Weg dafür haben, dass ich es auch zielgerichtet einsetzen kann. Und es ist ein richtig tolles Gefühl, wenn man sagt, die Schulung hat dann wirklich viel gebracht, man hat es verstanden, man kann es umsetzen. Und jede Frage, die der Kollege einen stellt, der nichts über 3D-Druck weiß, woher soll er es denn auch wissen, die man dann aus Erfahrung beantworten kann oder weil man sich selber herleiten kann. So viel zu dem Thema, welche 3D-Druckschulung ist die beste. Wenn Sie es wissen wollen, kommen Sie einfach zu uns. Es ist kostenfreie Erstgespräch, tragen Sie sich dazu ein, beantworten Sie ein, zwei Fragen und wir finden genau heraus, was Ihre nächsten Schritte sind, was Sie in Ihrem Geschäft sozusagen verändern müssen, um 3D-Druck zu implementieren. Meistens liegt die Antwort schon auf der Straße. Sie müssen sie nur an der richtigen Stelle suchen. Vielleicht suchen Sie noch an der falschen Stelle. In diesem Sinne, toll, dass Sie bei dieser Podcast-Folge wieder dabei waren und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei sind. Bis dann!